Was ist der Zusammenhang zwischen Diabetes und Agent Orange? Agent Orange ist ein Herbizid, das von den 1940er Jahren bis zum Vietnamkrieg in den 1960er Jahren verwendet wurde, bis Wissenschaftler herausfanden, dass es ein sehr gefährliches Dioxin enthält. Später wurde vermutet, dass Personen, die Agent Orange ausgesetzt waren, einschließlich amerikanischer Soldaten, einer Dioxinvergiftung ausgesetzt waren. Dies kann das Risiko bestimmter Erkrankungen erhöhen. Einige Wissenschaftler glauben sogar, dass es einen Zusammenhang zwischen Diabetes und Agent Orange gibt. Die Vereinigten Staaten richteten später einen Fonds ein, um amerikanische Soldaten mit Agent Orange-Effekten zu versorgen. Agent Orange wurde in den 1940er Jahren entwickelt und ist ein Entlaubungsmittel und Herbizid. Beim Aufsprühen auf Pflanzen sterben diese ab. Ein Bestandteil dieses Herbizids ist Dioxin, das verschiedene medizinische Probleme verursachen kann, von denen einige erst Jahre nach der Exposition auftreten. Kürzlich wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen Diabetes und dem Wirkstoff Orange entdeckt, insbesondere bei Menschen, die in den 1960er und 1970er Jahren in Vietnam waren. Während des Vietnamkriegs sprühte das Militär der Vereinigten Staaten Millionen Galonen Herbizide, einschließlich Agent Orange, auf Teile Vietnams. Dies wurde da als Operation Rentschhand bezeichnet und fand in den 1960er Jahren statt. Durch das Besprühen der Dschungel, Vegetation und Ernten verringerten amerikanische Soldaten die Verstecke ihrer Feinde und die Nahrungsversorgung. In den 1970er Jahren hörten diese Aktionen jedoch auf. Ungefähr zu dieser Zeit erkannten die Wissenschaftler die Gesundheitsrisiken, die mit Herbiziden wie Agent Orange verbunden sind. Die Vergiftung mit Dioxinen forderte allmählich ihren Tribut von den Bewohnern dieser Gegend. Beispielsweise wurden Geburtsfehler und Fehlgeburten häufiger und die Zahl der Menschen, die an Hautkrankheiten, Krebs und anderen Erkrankungen leiden, nahm zu. Erst nach einigen Jahren begannen die Wissenschaftler, den Zusammenhang zwischen anderen Krankheiten wie Diabetes und Agent Orange zu erkennen. Nach der Einwirkung von Agent Orange beginnt sich diese gefährliche Chemikalie im Fettgewebe des Körpers anzureichern. Dioxin ist eine sehr stabile chemische Verbindung mit einer sehr langen Halbwertszeit, so dass es für einen langen Zeitraum im Körper eines Menschen verbleibt. Die Anhäufung dieser Chemikalie in den Fettmolekülen kann Auswirkungen darauf haben, wie viel Insulin der Körper produziert oder wie der Körper Insulin verwendet. Wenn der Körper zum Beispiel nicht genug Insulin produziert, wird der Zucker nicht richtig abgebaut, was zu Typ-Bi-Diabetes führen kann. Im Jahr 1991 verabschiedete der Kongress der Vereinigten Staaten den Agent Orange Act, der besagte, dass Veteranen des Vietnamkriegs, bei denen medizinische Erkrankungen aufgrund einer Exposition von Agent Orange diagnostiziert wurden, behandelt und entschädigt würden. Diabetiker, die mit Agent Orange in Kontakt gekommen sind, qualifizieren sich für die medizinische Behandlung durch die Regierung der Vereinigten Staaten. Das Gesetz fordert auch, das Problem weiter zu untersuchen, einschließlich des Zusammenhangs zwischen Diabetes und Agent Orange. Heute ist bekannt, dass Dioxin das Risiko für verschiedene Arten schwerwiegender Erkrankungen erhöht, darunter die Hodgkin-Krankheit, die Parkinson-Krankheit, Herzkrankheiten und verschiedene Krebsarten sowie Typ-Bi-Diabetes. Die